Sportwetten Sonntag 16.02.2020 Gewinn 11.371 Euro Autor deseltsamek Kenzi YouTube Dank der Deutschen Bundesliga und der Tierschießen Liga, wo wir eine Quote von 2010-2000 erwischen konnten ist der Nettogewinn dann doch Euro 11.371 geworden Auch hier hat es sich wieder einmal gezeigt Dicke Gewinge gibt's immer dann, wenn man zwei Chancen in einer Kombi-Wette wettet Sonntag 16.02.2020 Western-Gut-Brisping aus 1 und 2 0 zu 1 2 Euro 50 2 Euro 50 Alania Spur, Ankara Tour 1 und 2 0 zu 1 5 Euro 50 13 Euro 75 Sönderjuske Hobrodan 1 und 2 3 zu 1 1 Euro 75 24 Euro 6 Anheim Heeren Wien NED 1 und 2 4 zu 2 1 Euro 80 43 Euro 41 Zwickau Duisburg geein und 2 1 zu 0 2 Euro 80 121 121 Euro 21 1 und 2 1 2 2 2 2 2 Euro 3 655 Euro 49 Köln München 1 und 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 3 3 1 1 1 4 2 1 1 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 gleich 1024 Schrägstrich Minus 1024,00 Euro 11371,34 Euro